Frohweinplatz komplett abgesoffen Bach läuft mehr als ein bisschen über Schöpfen Schöpfen dann ist es nicht normal wolltest du da hoch oder was oder soll man außen rum gehen du musst doch nur hier einmal durch dann kannst du am Geländer her ja dann müssen wir hier hoch gegen die strömung alter wieso geht doch seitlich laufen seitlich laufen ab hier drückt die junge schaffst du nicht schaffst du nicht, ist vorbei hier